mit zehn Minuten auf dem was zum Essen nicht mehr ich es in Verbot wo du schon kohle zum kohle für dich jetzt doch um Schweinefleisch von Rhein-Burz und kommen alles verdanken weil ich muss die Hülle jetzt erstmal sicherer machen Leute denn so ist da irgendwie ich weiß nicht ich sehe ich jetzt auch in die Höhle rein so für ein Schwuler Hund die Hülle wenn ich rein Lederpensel Kakaobohnen die Kakaobohnen bitte in Fingern von lassen die sind sehr selten das kann man nicht ein bisschen rum und hält der einen wegen ins Regie wird ein Metallschwert aber nicht mehr ganz heile egal Hälfte ungefähr ja ein bisschen weniger so Sattel habe ich jetzt auch hier wenn sie noch reiten will nun ein solches Geld in die Höhle rein ich habe noch Holz der Hund ist dran das ist gut die Bündel Sion Opflüten gibt es hier auch noch Höhle Höhle du bist ein das ist ein ganz braun sitzt das ein Wuren so ein Skelett er soll dass er so Sache war ich sehe es gelärt er will Knochen holen das wird ganz vieles Loch auf das Kupfer das Geld rein wo komme ich nicht mehr dran keine Knochen das ist bitte so ganz wichtig Daniel Kessel man sie wollte ein die Freien sie sind die da hinten ja ich sehe den Kessel die mal ein damit stehen bei Bedarf der Schule so was man ich soll nur ein Kesseln erbitte kein Thema das Skelett brennt ich hab' den Knochen ich bin ein eigenes Wölfeln wie du bist jetzt da wo man es gehört abgekackt ist er du kriegst so ein Arsch wie es geht da oben anbrennen er ist da meine ich habe in der Oberfläche auch toll was das Wort ich wollte sorry und ihr braucht sich ein Kessel durchs Zorn ich habe eine Rechte in einer reichlich wir schon sagen auch das ist der den ich vorher angeschwächt habe mit den Dingern Wölfeln steht in der eine hat nicht gereicht auch schade aber für nur noch ein Kaufen ist der ist für dich also nicht der Knochen du weißt nicht mehr mehrere Knochen reichen nicht alles zu viel zu wenig so er ist mit es ist egal ist der Bezieher nach draußen nur mit Knochen bisher wir machen müssen müssen die Höhle erstmal abdichten da fallen immer zum Monster und so rein bisher ich meine naja klar Knochen hat jetzt vor die Regel ich bin gerade aus der Höhle raus das Leben so steht das Geld die Art nur in diesem Einwölfeln wenn sie was zu sagen Daniel ich bin nur eingesperrt 8 und nicht mit steigen natürlich und steinen eingesperrt wo geht sie in den Fällen für Flüchten mit zu groß okay Daniel du weißt was das heißt voller Action und Action vor dem Spiel ist auch nicht gesprungen wie du doch nichts so ich muss mir nach meinem Hund gucken ey warum drop der Pfeile du musst den füttern weißt du ne ja nicht immer wenn der wenig Leben hat der braucht nicht gefüttert zu werden der ist hart im Leben der kann tagelang ohne Essen auskommen wir sind Creeper darauf wollt ihr eigentlich nicht wirklich genau ne ich komme um das werden den Dingen zählen aufzuhüpfen oder ihre Tiefen Spinner okay damit das Spinner kein nix anfangen aber ich bin ich auch immer zu beobachten ich bin der Mutter du bist und Kripo Kripo Euro das ist nicht Kripp wo zwei Kripposchern gilt so war er auch nichts Daniel was denn ein ich bin ja meine ich bin am Arsch Euro Kohle Kuhl, Kohle-Kuhl, 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 Kohle-Kuhl. Wir haben gerade eine Spinner am Hau. Aber es war kein Mensch, den auf dem Haus. Wer wächst denn auf dem Haus? Wer hat den Engelockt? Da war das. Interesse, ich glaube, werde ich jetzt mal bekämpfen. Let's go. Ich habe wieder leben. Let's go. mehr auf ganz das ist wichtig ob es gewählt scheiße sonst wo es ist wo 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 da Romant Daniels was denn ich habe mich anstellen was war los so was machen in geht das denn hier und dringend doch mit dem Knochen und wohl als Hakan Ackham Hallo Haken und ihr habt ihr das heißt ab jetzt anderen Wolf geholt nein ich habe keinen Bock mehr ist er jetzt weg oder wie der Wolf nein ich hab den eingesperrt okay hoffentlich kriegt er noch Sauerstoff der Arme ich hab oben natürlich ein Loch gelassen ein Loch perverse Sau Regis Mutti ey der Hund ist weg wie so ist der Hund weg der Hund ist weg ja die können springen oooohh eins reicht natürlich nicht aus auch Daniel ich wollte sein und wenn du weißt der Frondi das ist mein Hund in Ruhe nein die Kieferungen ja aber der Hund ist weg die über die Kiste der Fall der Fälle ja du schädigst du auch so ein Witz auch sehr gut so alles abgebaut so weit so gut das muss noch die Hülle da dicht machen so 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 ach ich liebe Rocky Balboa und schon wieder die Fackel vergessen die ganzen Fackeln die gibt Töftet was r r und nein ich habe ein bisschen Ohrung in der Box halten mach du das auch du so meine gerade immer du Socke voll Popcorn ihr verschwendet voll Platz hat Spine Spinni Spinni wo Spinni Spinni gestorben wenn wir erst mal Ratzen gehen nö ich muss erst mal hier diese Abdeckung fertig kriegen die ihr so gut verbockt habt Regi hinter die Spinne nö war ach ach unnötiger Kunde so nicht und so er sagt wir nicht so dass irgendwas geknallt vor müssen Kriber gesporn und er geht hoch verpässt dich ich hier rein ich will einfach nur weg hier wo's er ist tot so ja ich mache jetzt erstmal hier bisschen ich würde sagen jetzt hier mit dem Moment machen wir extra in der Hausaufgaben machen jetzt da hat Kripoi der Rennen steckt man die ersten paar Wochen heute gleich ja da kann ja morgen hochladen nö morgen lädt ihr so anders Rutsch statt zum Wochenende guck auf mehr Leute wochen Kronen haben was mein Grund Finger weg davon Jungen ich meine und die Kiki die nicht zähmt ruhig die Zigeuner die Zigeuner hier sind dies aus dem Weg das ist ein richtiges Knie aus meiner Zahne deine Mama Boa deine Mama deine Mama du hast außen deine Phasen ne? deine Mama du bist auch so ne Schiemama du bist ne richtige Schiemama wenn man ruhig du Lama mit tut wenn ihr wüsstet was mit meiner Schiemail passiert ist was denn? die sich weiterentwickelt nein das wäre nicht so schlimm gewesen lauf Hund Hüter, geh aus dem Weg geh weg Kio willst du irgendein blöder Köter? hier sind schon unsere Box an, ey wie lange spielen wir jetzt schon? warte, hier ist ein Hund das ist mein Hund wieso ist das mein Hund? warum nicht? mein Hund war doch hier wäh fang ich doch lieber hier an hast du Knochen, Daniel-san? nein, hab ich nicht aber wieso ist mein Hund draußen? äh äh keine Ahnung, sie hat die Tür aufgelassen? ja, keine Ahnung das ist mein Hund das war ein meine Wildkommission greift der Hund eigentlich auch an, wenn welche dich angreifen? ja, wahr ist dich Pius voll demotiviert, weil der kein Hund hat nein, ich bin hier gerade voll am Kuchen, weil das hier alles so dunkel ist koxen? ja 3 Kilo, auf einen Haufen mehr am Arsch koks Piu Koks, Piu Koks, Piu Koks, Piu Koks, Piu Koks oh ja, scheiße, komm rein und ja, ich muss sich scheiße, erst mal regeln das ist dumm scharf, geh weg Kio komm rein und komm rein ich glaube, es ist der Tag nein, es ist noch Daniel, bist du im Haus? ja, ich kämpfe gerade gegen ein Schaf Daniel, bist du im Haus? ich bin ein Kuh ich bin ein Zombie geh weg, Alter Tür zu rein essen schau ich mal den Hund hier rein, Mensch ich hab einen Knochen Hakan? ich hab einen Hakan weg jetzt gehen wir auf Küterjagd der Jungs hat ein Hakan ich hab einen Hakan auf jeden Fall war Stau so muss der Hund das der Hund Riesstag so der gute alte Riei Ohr, Kriper, Kriper zurecht mir keiner Kriper sein so, 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 so tutet der Fachmann ein Kriper, ja mein Hüter oh, das ist ein Schwert Kohle, 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 Kohle Kohle, Kohle, Kohle hab ich den geschmissen? ja, schön hab ich den geschmissen? der war ruhig das ist hier ein Königreich für Kohle ich bin der Prinz aus Kolumba okay, der war schlecht, sorry ich entschuldige mich für den schlechten Spruch du bist, wenn der Prinz vom Abfallhaufen Abfalleimer no ich kann es nicht drauf, ja, vom Abfalleimer ey, P.O. kauft den Internet ist nicht geplankt und was? ich glaube, das Leck wieder wie Sau wie es geht? so war ich Leck ein bisschen boah, das sollte drei Jahre bis hier was abgebaut wird P.O. K.O. K.O. K broader Pius K ist möglich die Höhle muss immer erst abgedunkelt werden das Prince Abbedunkelt so 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 war ihr leute doch liegt ich finde ewigen nix das ist was die Tür zu momentan ließ daran auf nach Pakistan ich war bei einem ewigen nix wird wenn ich wieder mich in alles h h h h h h grundsätzlich doch der Exterreist Exner um Brüder zu holen was ist immer Bordel Ekeler soll ich in ein paar Arzt es macht immer ich bitte dich das in meinen Platz um zu unterlassen ja ich möchte ja ich würde mich ernst machen ich mag so was nicht es hat nächstes Jahr gemacht boah ich hab dich voll zu saugen machen ich weiß ich war dabei echt ja du hast mich in ein paar Mal eingeladen haupt wo und er das ist ein erinnern er weiß aber ich mag ich hatte ich mag eine Einstellung zum Beispiel unnötiger Kunde nichts er ist die Geschichte und so weiter er aufgrund so oft zu tun und wenigstens kosten der 30 eisen ist das gut recht nur noch und nein ich lasse nun nur das süß das ist es ist es aber auch immer mehr zuvor Schluss oder ja ich würde sagen mal Schluss für das mal sagen ich schick noch kurz schnell die Hülle ab und auch nichts also die muss alles abgelichtet sein er kann so jetzt nicht alles machen zwar beim nächsten Mal nicht alles genau das meiste so vorsichtig aber wenn man alles gemäßigt spielt dann bleibt noch die Lust an einen Ländler okay das merke ich mir okay ich bin dabei hier noch kurz das markieren sagt die GmbH die GmbH markieren er Kunde Dabba sagt man bereit ist Prozent die Siegungen sind die viele Schmerzen die Schmerzen also Leute ich schaue das an den Hundi wenn ich dagegen hast es war die Schwinde ich weiß nur was man muss man das Mann und in Ruhe ich hatte einen Brot Prozent die Ordnung hier machen Worte Ja, das Haus sieht eigentlich schon recht gut aus, bloß wir müssen hier noch ein bisschen ausstarten Erstmal brauchen wir Ressourcen Wie das gerade aussieht Was? Du stehst da und der Hund, der regt den Kopf immer höher und runter Sieht das gut aus, Pio, war mal ein Foto Oder so Ich kack den Hund an Was? So 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 Fellen So 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 Wie das aussieht Wie ihr moldent ��ино Regi. Ciao. Ciao. Tschüss. Fika.